Das Schneeparadies An einem schönen Wintertag spielten Kinder fröhlich im Schnee. Sie machten eine Schneeberschlacht, bauten einen Schneemann namens Olaf und liefen Schlütschuhe. Dann entdeckten sie ein Elf, den nannten sie Sven und zwei Hasen, die sie Max und Moritz nannten. Von der fantastischen Vanessa, vom Superstar Marat, von Vivian, die einzigartigste auf der ganzen Welt.